So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt wieder zum Garten zurück. Nachdem wir die Prüfung scheinbar erfolgreich... haben wir sie erfolgreich abgelegt? Das kam jetzt keine Rückmeldung mehr, aber ich gehe mal davon aus, kann ich hier nicht noch irgendwie die Neigung... Ah ja, hier. Ich habe das gerne so. Da sieht man ein bisschen mehr von der Welt. Schon wieder diese lästige Mücke. Gib mir... Ne, gib mir gar nichts. Töte dich sofort. Oder auch nicht. Das ist gar nicht so einfach mit R1, oder? Ich bin zu abgelenkt. Ich weiß es nicht. Irgendwie treffe ich da nicht so ganz. Egal. Auch wollen wir nicht einen kleinen Ausflug noch an den Strand machen? Nein, wir haben Verpflichtungen. Wir gehen zurück in den Garten. Äh, ja. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzucht von GF. Daran solltest du immer denken. Wie züchtet man eine GF? Ach so, das habe ich vorhin... Ja gut, das habe ich halt vorhin schon alles ein bisschen noch gemacht. Aber Quistis erklärt es euch noch einmal, falls ihr es noch nicht wissen solltet. Der GF-Level steigt durch EXP-Erfahrungspunkte. Abilities hingegen erlernen die GF durch AP-Ability-Punkte. Was sind EXP und AP? EXP bekommt man durch Kämpfe. Der GF-Level steigt dabei automatisch so. AP bekommt man ebenfalls nach Kämpfen. Welche Abilities dadurch erlernt werden, hängt jedoch vom Spieler ab. Daher sollte der Lernprozess gut überlegt sein. Wir schauen uns den Lernprozess Schritt für Schritt an. Sobald man im Menü den Punkt GF auswählt, erscheint eine Liste der verfügbaren GF. Wenn man zum Beispiel Schieber auswählt... ...werden... ... ...